So viel dann dazu, oder? Letzte Chance für Fragen? Nein. Okay. Vor einem guten Jahr, kurz vor der Sommerpause, vor der politischen Sommerpause, im Juni 2017, hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen oder hat eigentlich eine Änderung der Strafprozessordnung beschlossen und hat ein bisschen durch einen Verfahrenstrick, oder nicht ein bisschen, sondern durch einen Verfahrenstrick, auf diesem Weg auch eine Ausweitung des Einsatz, der Einsatzmöglichkeiten von Staatstrojanern beschlossen. Eine Entscheidung, die viel kritisiert worden ist, die viele nicht hinnehmen wollen. Zwei von denen, die es nicht hinnehmen wollen, sind heute Abend hier, Ulf Burmeier und Bijan Moeni von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die über diese Ausweitung und den Staatstrojaner sprechen und vor allen Dingen über die Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Bei der sie beide sind, werden sie uns hier berichten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank Ingo, vielen Dank für die Einladung an die DigiGäs. Wir freuen uns beide sehr, dass wir hier sind. Gut. Ja, ich mich auch. Genau, ja, vielen Dank auch für die nette Anmoderation. Genau, Hacking Karlsruhe, den Titel hat vielleicht der ein oder andere von euch schon gehört, den haben wir schon öfter verwendet für unsere Talks über Verfassungsbeschwerden, weil wir es einfach immer wieder versuchen wollen. Warum eigentlich Hacking Karlsruhe? Das erzählen wir euch gleich. Zunächst mal möchten wir noch ein paar Sätze dazu sagen, wer denn die GFF eigentlich ist. Denn wir hoffen einfach mal auf ein kritisches Publikum und man soll sich ja auf gar keinen Fall einwickeln lassen. Deswegen möchten wir zunächst mal ein bisschen was dazu erzählen, wer wir denn eigentlich sind. Ja, wer sind wir? Die GFF, Gesellschaft für Freiheitsrechte, streitet für Freiheitsrechte und zwar mit rechtlichen Mitteln, also mit vor allem vor Gericht. Das ist unsere Hauptaktivität und wir haben Vorbilder. Die Vorbilder hat vor allem Ulf kennengelernt in den USA, nämlich einerseits die American Civilist Union, die schon seit den 1920ern, glaube ich, aktiv ist und ein irrsinniges Budget, hat inzwischen viele Dependancen überall in den USA und wenn man von so Fällen hört, wie zum Beispiel Bürgerrechtler streiten gegen den Muslim Ban vor verschiedenen Gerichten in den USA, ist ziemlich sicher die ACLU dahinter. Die EFF, die Electronic Frontier Foundation, macht Ähnliches, allerdings konzentriert sie sich auf digitale Grundrechte und Ulf und einige andere MitstreiterInnen haben sich vor inzwischen drei Jahren, knapp drei Jahren vorgenommen, das Gleiche auch in Deutschland aufzuziehen und die GFF gegründet. Ja, genau. Die GFF streitet für Grundrechte und wir machen das ausnahmsweise mal nicht mit Demos oder mit zum Beispiel Gesprächen mit Parlamentariern, sondern wir konzentrieren uns auf ganz bestimmte Mittel, die bislang in der deutschen Zivilgesellschaft nur viel zu selten eingesetzt worden sind, nämlich gerichtliche Verfahren und wir klagen auch nicht einfach so, sondern wir haben das Ziel, diese Verfahren strategisch einzusetzen. Das heißt also, wir überlegen uns ganz genau, wogegen klagen wir eigentlich, bei welchem Gericht zum Beispiel und wer wird als Klägerin oder als Kläger auftreten, damit wir einfach möglichst gute Chancen haben, mit dieser Klage auch tatsächlich die Rechtslage zu verbessern. Und denn das ist unser Ziel. Wir wollen die grundrechtlichen Standards in Deutschland sichern und verbessern. Das ist der Sinn und Zweck bei unserer Klage. Wir verstehen das so als praktische Arbeit an der Verbesserung des Rechtsstaats, indem wir halt einfach die richtigen Verfahren zu Gericht bringen. Und da haben wir noch ein schönes Bild mitgebracht. Ja, wir sind große Fans des Bundesverfassungsgerichts und das hat zum Beispiel in diesem Fall nämlich beim BKA-Gesetz bewiesen, was es kann, nämlich minutiös und kleinteilig nachgucken, ob denn alles stimmt in dem Gesetz. Und wenn es das nicht tut, dann wird das Auto eben wieder zurückgeschickt. Und so war es zumindest teilweise im BKA-Gesetz. Und wir wollen einfach alles dafür tun, dass das Bundesverfassungsgericht möglichst viele gute Fälle bekommt, möglichst viele gute Entscheidungen treffen kann und es im Gericht so einfach wie möglich machen, auch dann grundrechtlich relevante Entscheidungen zu treffen. Und was Ulf eben schon anderes andeutete, also wir klagen strategisch, also nie ad hoc und nie unüberlegt, sondern wir suchen einerseits Fälle aus, die bedeutsam sind und andererseits aussichtsreich. Bedeutsam heißt vor allem entweder, sie haben hohe allgemeine Bedeutung, also sie lassen sich übertragen auf viele andere Fälle und betreffen eben nicht nur ein kleines Einzelproblem, wobei in besonderen Fällen, wenn das Einzelproblem von so gewaltiger Bedeutung ist, können wir auch das tun. Also klagen wir auch in solchen Beziehungen. Und wir suchen gute KlägerInnen aus, das heißt Personen, die tatsächlich betroffen sind und die es dem Bundesverfassungsgericht sehr leicht machen, einzusehen und zu verstehen, was das Problem ist. Und die dürfen auch gerne bekannt sein, weil das hilft natürlich immer mal. Und im Idealfall führt das dann zu Erfolgen, die die Breitenwirkung haben, also eben allgemeine Bedeutung haben und nachhaltig sind von Dauer. Ja, dafür streiten wir. Aber nun zum aktuellen Fall. Genau, jetzt zum aktuellen Fall der Staatstrojaner. Das ist ja ein Thema, das uns als GFF von Anfang an beschäftigt hat, das aber auch die DigiGes und sicher die Seabase schon oft beschäftigt hat. Ich habe hier auch schon selber über dieses Thema gesprochen. Trotzdem möchten wir noch mal kurz einsteigen, was denn eigentlich das bedeutet, was ist denn eigentlich ein Staatstrojaner, was macht dieser Staatstrojaner. Und dazu haben wir euch ein wunderschönes Bild mitgebracht. Wir dachten, dann wecken wir euch alle noch mal auf. Ja, wir haben ein schönes Symbolbild mitgebracht von einem ganz, ganz, ganz bösen Hacker. Aber das wirklich nur so anstelle eines Katzenbildchens eigentlich, denn es geht ja gerade nicht darum, dass jetzt irgendwelche bösen Jungs mit Hodi sich über ihren Laptop beugen, sondern ganz im Gegenteil. In diesem Fall ist es der Staat tatsächlich, der auf zwei Weisen unser aller IT-Systeme unsicherer macht. Ja, und auch genau darum geht es eigentlich auch nicht so sehr. Also nämlich um nationale Sicherheit geht es jetzt jedenfalls in dem Verfahren, das wir angestrengt haben, nicht. Denn, also das sind so Fälle, wie eben die Geheimdienste dürfen Staatstrojaner einsetzen oder eben das BKA zu Zwecken der Vorbeugung, also um Straftaten zu verhindern. Vor allem nur Terrorismusstraftaten, also extrem schwere Straftaten. Ja, vor allem nur extrem schwere Straftaten. Sondern bei uns geht es tatsächlich um den Staatstrojaner, der eingesetzt wird zum Zwecke der Strafverfolgung. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das ist ein wesentlicher Punkt, insbesondere weil das sich nämlich auf die Zahlen auswirkt. Also wie gesagt, das Bundeskriminalamt darf seit 2009 Staatstrojaner einsetzen, um terroristische Straftaten zu verhindern, hat das aber bislang nur in einer einstelligen Zahl von Fällen getan. Also das sind jetzt Zahlen aus dem Jahr 2015, als die mündliche Verhandlung war zum BKA-Gesetz in Karlsruhe. Vielleicht sind es inzwischen zwölf oder 15 Fälle, aber das BKA hat das extrem sparsam getan. Und das ändert sich jetzt gerade fundamental. Denn diese Rechtsgrundlagen, um Staatstrojaner einzusetzen, bei der Strafverfolgung, die können zu einem Masseneinsatz von Trojanern führen. Also die Rechtsgrundlagen erlauben den Einsatz von Staatstrojanern in 30.000 bis 40.000 Fällen pro Jahr. Man muss dadurch sehr deutlich sagen, das werden die Behörden gar nicht schaffen. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir tatsächlich 30.000 Mal im Jahr Staatstrojaner-Einsätze sehen werden. Aber die Rechtsgrundlagen würden das zunächst mal zulassen. Und das ist schon einfach ein ganz grundsätzlicher Unterschied zu den paar Fällen, die es nach dem BKA-Gesetz gegeben hätte. Oder gegeben hat bisher. Und Staatsstrojaner werden in zwei Fällen eingesetzt oder für zwei Zwecke eingesetzt. Der eine ist die Online-Durchsuchung, der andere ist die Quellen-TKÜ. Online-Durchsuchung ist relativ selbsterklärend. Wenn es dem Staat gelingt, Zugriff auf einen Computer zu nehmen, mit Hilfe eines Trojaners kann er den Computer komplett durchsuchen, alles, was darauf ist, sehen und ihn teilweise auch manipulieren, wenn er denn möchte, für bestimmte Zwecke. Und das soll dienen eben der Aufklärung nicht nur von Terrorstraftaten, wie man vielleicht vermuten könnte, wenn man sich eben den bisherigen Einsatz von Staatsstrojanern ansieht, sondern auch für so Straftaten wie Asylmissbrauch oder bestimmte Fälle von Hehlerei oder Geldwäsche. Also für einen sehr breiten Straftatenkatalog, der noch weiter ist im Falle der Quellen-TKÜ. Da geht es, also TKÜ steht für Telekommunikationsüberwachung und Quelle steht dafür, dass der Staat eben Zugriff nimmt auf das IT-System, von dem aus kommuniziert wird, sodass er sich wirklich das Gerät selbst anschauen kann, was auf dem Gerät passiert und nicht so sehr die Kommunikation irgendwo abgreift zwischendrin. Vielleicht noch mal ganz kurz, um diese Abgrenzung so ein bisschen deutlich zu machen. Auf der technischen Ebene gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen den beiden Maßnahmen. Also in beiden Fällen werden die betroffenen IT-Systeme, um die es gehen soll, gehackt und unterliegen dann komplett der Einflussnahme durch irgendeine Ermittlungsbehörde. Die können dann im Prinzip machen, was sie wollen. Der Unterschied ist ein rein rechtlicher. Bei der Online-Durchsuchung dürfen sie auch so gut wie alles. Sie dürfen im Prinzip natürlich keine Beweismittel jetzt auf das System hochladen. Also quasi bewusste Manipulation des Systems ist nicht erlaubt, aber sonst dürfen sie so ziemlich alles. Bei der Quellen-TKÜ hingegen dürfen sie nur laufende Kommunikation mitschneiden. Aber das ist quasi eine rechtliche Kastration dieser Maßnahme. Technisch können sie im Prinzip weiterhin alles. Das Bundeskriminalamt schraubt seit Jahren an einem Bundestrojaner, der angeblich auch tatsächlich nur laufende Kommunikationen mitschneiden können soll. Ob das jemals klappen wird, steht in den Sternen. Also jedenfalls die Experten vom CCC haben damals 2007, war es glaube ich, bei der Verhandlung in Karlsruhe zum Thema Staatstrojaner gesagt, sie glauben nicht, dass es gelingen kann, einen Trojaner zu entwickeln, in der technisch auch wirklich nur Quellen-TKÜ kann. Also es ist sehr wahrscheinlich so, es ist natürlich extrem schwer zu beweisen, dass etwas nicht gehen kann technisch, aber es ist sehr wahrscheinlich so, dass man immer irgendwie der Behörde wird glauben müssen, dass sie nur laufende Kommunikation mitschneidet. Also technisch ist es immer ein komplettes Kompromittieren des Systems und man darf dann eben mehr oder weniger damit anstellen. Und dann die Suchung der Full-Tag, Quellen-TKÜ, Zugriff auf laufende Kommunikation. Also keine Ahnung, WhatsApp-Calls, SMS, was immer so verschickt wird. Und dagegen wenden wir uns jetzt auf zwei Ebenen. Die erste ist so die rechtlich naheliegendste eigentlich, auf die man sofort kommt, nämlich dass die Hürden für den Einsatz von Staatsstrojanern viel zu niedrig sind. Und das zweite interessantere Argument, die zweite Ebene, ist, dass der Staat für diesen, also das ist unser zweites wesentliches Argument, dass der Staat für den Einsatz von Staatstrojanern keine unbekannten Sicherheitslücken verwenden darf. Das ist rechtlich anspruchsvoller, darauf gehen wir dann gleich ein bisschen näher ein, aber das sind so die zwei Stoßrichtungen. Und ich werde jetzt mal... Und um das vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen in den Kontext zu stellen, also das hier, die Hürden sind zu niedrig, das ist quasi das Oldschool-Argument. Ja, das wird im Grunde gemacht seit Mitte der 2000er Jahre, als die Diskussion so langsam anfing mit den Staatsstrojanern. So die ersten Entscheidungen gibt es aus 2006, gab es noch eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof. Also das war so die Zeit, als das langsam anfing. Da wurde von vornherein gesagt, also die Hürden für den Einsatz müssen extrem hoch sein, weil das einfach ein besonders schwerwiegender Eingriff ist. Im Grunde so der härteste Eingriff, den eine Ermittlungsbehörde vornehmen kann. Wenn man jemandem das Smartphone durchsucht oder den Laptop durchsucht, dann gibt es im Grunde kaum noch Geheimnisse, muss man ehrlich sagen. Insofern ist es fast schon schlimmer als eine Hausdurchsuchung. Und das ist das Oldschool-Argument. Und das wird zum Beispiel, es gab ja mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die Staatsstrojaner jetzt, das wird auch von allen im Grunde gemacht. Das ist so Standard. Das auf der rechten Seite, die Sache mit den Sicherheitslücken, das ist ein Argument, das als solches auch nicht neu ist, aber das in der juristischen Diskussion bislang relativ wenig Widerhall gefunden hatte. Und das haben wir jetzt ins Zentrum unserer Verfassungsbeschwerde gestellt. Dazu kommen wir gleich. Aber erst Oldschool. Wie schon? Erstmal Oldschool. Ulf hat ja im Wesentlichen schon gesagt, oder klargestellt, was unser Ausgangspunkt ist. Nämlich, dass es sich um den schwersten Grundrechtseingriff handelt, den Ermittlungsbehörden begehen können. Also selbst eine Hausdurchsuchung, auch der sogenannte große Lauschangriff, mit dem man Live-Kommunikation innerhalb einer Wohnung bedauschen kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was man heutzutage auf PCs, Smartphones und so weiter finden kann. Man kann theoretisch komplette Psychogramme erstellen von Personen. Es ist einfach alles da, alles verfügbar und auch viel mehr, als man früher über, also früher war Kommunikation einfach Flüchtiger. Ein Brief wurde vernichtet, wurde weggeschmissen, Telefongespräche waren weg und jetzt kommuniziert man viel häufiger über Messenger und weiß nicht was. Das heißt, es sind einfach viel mehr, viel intimere Daten zugänglich, verfügbar und damit zugänglich für Strafverfolgungsbehörden. Und natürlich sind auch immer Dritte mit betroffen, weil Kommunikation logischerweise immer mindestens zwei Parteien voraussetzt. Also sprich, der Grundrechtseingriff ist extrem schwer. Und wenn man von diesem Punkt, also von diesem Standpunkt erstmal aussieht, das ist glaube ich etwas, was auch niemand bezweifeln wird. Und wenn man daraus dann entwickelt, oder der Schluss ist eigentlich zwingend, dass dann die Hürden auch entsprechend sehr hoch sein müssen und jedenfalls viel höher sein müssen, als für alle anderen Maßnahmen, die es bisher gab. Und das bedeutet einerseits, dass es nur bei wirklich schweren Straftaten überhaupt in Frage kommt, Staatstrojaner einzusetzen. Und wir sind auch nicht eine Organisation, die einfach per se sagt, wir finden Staatstrojaner schlecht, damit hätten wir keinen Erfolg vor dem Gericht, ganz sicher nicht, sondern wir gucken uns ganz genau an, was sind die Maßstäbe des Gerichts. Und das Gericht hat zum Beispiel eben gesagt, in bestimmten Fällen, also zum Beispiel bei Terrorgefahr, kann der Einsatz von Staatstrojanern gerechtfertigt sein. Und ergo sagen wir auch nur bei solchen schweren Straftaten, bei denen sowas überhaupt noch denkbar ist, und Verfolgung ist auch immer etwas anderes als Prävention. Nur bei solchen sehr schweren Straftaten kommt es überhaupt in Betracht. Berufsgeheimnisträgerinnen müssen besser geschützt werden. Das wäre jetzt zu detailliert, das auszuführen. Und vor allem das, auch was Ulf eben gesagt hat, dass man technisch eigentlich keinen Unterschied machen kann, zwischen Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung, wird dem Gesetz nicht wirklich abgebildet, weil die Voraussetzungen für die Quellen-TKÜ viel geringer sind. Es gibt viel mehr, der Straftatenkatalog ist viel weiter gefasst, die Hürden für den Einsatz sind viel geringer. Und wie Ulf es eben schon dargelegt hat, dafür gibt es eigentlich keinen technischen Grund, weil der Staat eben genauso viel Zugriff erhält, wie bei der Online-Durchsuchung. Aber nun zur interessanteren zweiten Ebene. Ja genau, da müssen wir so ein ganz kleines bisschen ausholen, wie denn eigentlich so ein Staatsstrojaner in das System reinkommt. Ja, also wenn man ein System hacken will, dann ist natürlich die einfachste Lösung, dass man das durch physischen Kontakt macht, wie Bijan auf die Folie geschrieben hat, also auf Deutsch zum Beispiel irgendwie einen USB-Stick reinsteckt und dann auch von diesem USB-Stick irgendein Infektionsprogramm startet. Dazu gibt es auch tatsächlich historische Beispiele, also vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den sogenannten Bayern-Trojaner O. Zapftis aus dem Jahr 2011, den ich zusammen mit anderen Leuten vom CCC damals analysiert habe. Da war die Infektion tatsächlich geschehen bei einer Grenzkontrolle, also da hatte man der Zielperson den Laptop in München am Flughafen abgenommen und dann hat den Trojaner direkt aufgespielt, diesen Digitas-Trojaner. Das wird aber natürlich in vielen Fällen nicht möglich sein. In sehr vielen Fällen wird man diese Staatsstrojaner genauso aufspielen, wie einen klassischen Phishing-Trojaner zum Beispiel auch. Also man wird vielleicht der Zielperson eine Mail schicken mit einem Anhang, mit einer infizierten Word-Datei oder einer infizierten Excel-Datei. Oder man kann das natürlich auch versuchen, oder man braucht dann eigentlich für diese Infektion des Systems in den allermeisten Fällen irgendwelche Sicherheitslücken. Also wenn man das bei dem ersten nicht unbedingt, aber jedenfalls für die weiteren Methoden irgendwie E-Mail-Anhänge zum Beispiel oder eine andere Möglichkeit wären sogenannte Drive-By-Downloads, dass man versucht, irgendein Bildchen einzublenden, das dann eine Sicherheitslücke in der Bildbearbeitungssoftware ausnutzt oder in den Routinen, die Grafiken anzeigen. Da braucht man dann jeweils Sicherheitslücken, also irgendwelche Schwächen des Systems, die es erlauben, zum Beispiel aus dem E-Mail-Programm oder aus dem Webbrowser auszubrechen und diese Spionagesoftware auf dem System zu installieren. Und bei diesen Sicherheitslücken unterscheidet man ganz grob zwei verschiedene, nämlich diejenigen Sicherheitslücken, die im Prinzip schon bekannt sind, wo zum Beispiel auch der Hersteller der Software eigentlich schon von weiß, die sogenannten Endays oder eben die O-Days oder Zero-Days, das heißt also Sicherheitslücken, die völlig unbekannt sind, sodass also auch der Hersteller, zum Beispiel Microsoft oder Apple oder so, für diese Sicherheitslücke noch gar keinen Patch entwickeln konnte, einfach weil der noch unbekannt ist. Und das große Problem ist, wenn man jetzt Sicherheitslücken geheim hält, weil man zum Beispiel irgendwann später mal einen Staatsdrojaner damit ausrüsten will und damit Systeme infizieren will, dann bedeutet das aber natürlich auch, dass alle anderen, die zufälligerweise von dieser Sicherheitslücke Wind bekommen, die ausnutzen können. Das heißt also, wenn zum Beispiel das Bundeskriminalamt sagt, wir haben hier diese nette Lücke in Apple iOS, wenn ich jemandem eine iMessage schicke mit einem Bild anhangen, dann kann ich das ganze System kompromittieren, super praktisch, dann bedeutet das aber natürlich, dass nicht nur das BKA das tun kann, sondern jeder andere, der dieses System kennt, also keine Ahnung, auch der türkische Geheimdienst kann das dann tun, um irgendwelche Dissidenten zu hacken und da gibt es ja auch konkrete Beispiele dafür. Das ist jetzt nicht nur irgendwie eine fixe Idee, sondern das Ausnutzen von Sicherheitslücken für irgendwelche kriminellen Zwecke oder für düstere Geheimdienste und Regimes ist leider Gottes tägliche Praxis und natürlich auch nutzen ganz normale Kriminelle solche Sicherheitslücken aus. Das beste Beispiel dafür ist der WannaCry-Verschlüsselungstrojaner, der vor etwa zwei Jahren seinen Siegeszug um die Welt antrat und zum Beispiel das britische Gesundheitssystem mehr oder weniger lahmgelegt hat, den National Health Service. Das war eine Sicherheitslücke, die die NSA seit dem Jahr 2010, glaube ich, kannte. Das heißt, die haben die einfach jahrelang geheim gehalten und in ihren Giftkoffer gelegt. Könnte ja mal praktisch sein. Haben das nicht an Microsoft gemeldet und das Problem war, dass das eine Lücke war in dem Code, im Samba-Code, also in dem Code für das File-Sharing-Protokoll von Microsoft, das sie einfach in allen möglichen Windows-Generationen immer wieder verwendet haben. Deswegen waren sehr, sehr viele Systeme anfällig für diese Lücke. Und dann allerdings wurde die NSA selber gehackt und diese Sicherheitslücke ist ihnen quasi abhanden gekommen und daraufhin haben dann verschiedene Hackergruppen im Internet diese NSA-Sicherheitslücke ausgenutzt und den WannaCry-Trojaner gebaut. Also man kann ganz klar sagen, weil die NSA hacken wollte, weil die quasi amerikanische Staatstrojaner bauen wollte, gab es den WannaCry-Trojaner. Da kann man eine ganz klare, kausale Kette herstellen und das kann natürlich ganz genauso mit Sicherheitslücken passieren, die deutsche Dienststellen geheim halten. Und deswegen sagen wir, das ist einfach viel zu gefährlich. Keine Behörde darf Sicherheitslücken geheim halten, denn es ist einfach nicht möglich zu unterscheiden zwischen guten und schlechten Trojanern. Auf der technischen Ebene bedeutet Sicherheitslücke eben einfach Sicherheitslücke. Wenn jemand wie das BKA eine Sicherheitslücke geheim hält, dann kann es damit zwar möglicherweise legitime, also jedenfalls gesetzlich erlaubte Zwecke verfolgen, irgendwelche Staatstrojanereinsätze, aber es lässt sich eben nicht verhindern, dass böse Geheimdienste oder irgendwelche Kriminellen dieselbe Sicherheitslücke ausnutzen. Und deswegen sagen wir, das ist einfach viel zu gefährlich. Man kann nicht die IT-Sicherheit von Millionen Menschen auf der Welt opfern, nur um möglicherweise mal hier und da einen Drogendealer irgendwie ausforschen zu können. Das geht zu weit. Nun muss man natürlich sagen, wir argumentieren juristisch. Das, was ich gerade gesagt habe, war ja im Grunde so eine Art Common-Sense-Argument. Einfach ein plausibles Argument, wo jetzt gerade auch vielleicht in diesem Raum viele sagen werden, natürlich ist diese Abwägung nicht in Ordnung, zu sagen, wir halten einfach Sicherheitslücken geheim, wir lassen die Leute über die Klinge springen, nur um Trojaner einsetzen zu können. Aber wir müssen natürlich das Ganze auch juristisch unterfüttern. Wir können nicht einfach nur sagen, das ist doch nicht klug, sondern wir müssen ja gerade, wenn wir vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, auch verfassungsrechtliche Argumente dafür finden. Und die finden wir in diesem sogenannten Computergrundrecht. Also hier auf der Folie steht der offizielle Name, das ist das Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von IT-Systemen. So etwas können sich nur Juristen ausdenken. Und dieses Zitat stammt aus dem Jahr 2008, aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung, wo die in der Tat dieses Grundrecht neu erfunden haben. Und dieses Grundrecht hat zunächst mal so eine Funktion wie alle anderen Grundrechte auch als Abwehrgrundrechte. Das heißt also, das Grundrecht beschränkt den Staat in seiner Möglichkeit, in Grundrechte einzugreifen. Das ist so die ganz klassische Funktion. Ja, so wie Grundrechte dem Staat vielleicht verbieten, mich einzusperren. Oder wie Grundrechte es dem Staat verbieten, die Presse zu zensieren. So verbieten sie eben grundsätzlich auch den Zugriff auf IT-Systeme. Das ist die abwehrrechtliche Seite. Die betrifft jetzt eher so den ersten Teil, wo wir gesagt haben, die Normen haben zu weiten Anwendungsbereich. Aber es gibt eben noch eine zweite Seite. Und das ist was Neues. Das hat die GFF jetzt entwickelt in dieser Verfassungsbeschwerde. Wir sagen, es gibt nicht nur diese Abwehrseite, sondern es gibt auch eine Schutzpflicht. Aus diesem Grundrecht resultiert auch eine Schutzpflicht. Der Staat kann nicht einfach nur sagen, okay, ich greife selber nicht ein, sondern im Gegenteil, der Staat muss sich schützend vor die IT-Systeme seiner Bürger stellen oder Bürgerinnen natürlich auch und sagen, wir versuchen, das IT-Sicherheitsniveau so gut wie möglich zu halten. Und das ist etwas, was wir jetzt versucht haben, stark zu machen, indem wir gesagt haben, diese Schutzpflicht, die verletzt der Staat, wenn er gnadenlos Sicherheitslücken in die Schublade legt, auf Halde legt, um damit möglicherweise später mal Trojaner bauen zu können. Ja, das ist im Prinzip die Schlussfolgerung aus den beiden Teilen, die Ulf jetzt gerade dargestellt hat. Also einerseits der Gefahr, die aus der Nichtübermittlung, Nichtmitteilung von O-Days an die Hersteller rührt. Und das kombiniert mit der Schutzpflicht, die der Staat eigentlich hat, führt uns dazu, dass wir argumentieren, der Staat muss O-Days, wenn er den Kenntnis davon erlangt, mitteilen und darf sie nicht ausnutzen. Er muss allermindest ein ordentliches Management von Sicherheitslücken einrichten, auch gesetzlich unter Fütterheit einrichten. Das heißt, er muss sich zwingen dazu, sie einzuordnen, sie zu bewerten, ihr Gefahrenpotenzial zu erkennen. Er muss einen Zeitplan haben, wann er spätestens diese Sicherheitslücken mitteilt. Also das ist das Allermindeste, wenn man denn diese Schutzpflicht, wenn man uns folgt, überhaupt ernst nehmen will, weil irgendetwas muss der Staat tun, wenn er Kenntnis von Sicherheitslücken, unbekannten Sicherheitslücken erlangt. Also Analogie vielleicht, wenn der Staat jetzt irgendwie mitbekäme, dass Wohnungstüren, dass Wohnungsschlösser eine Sicherheitslücke haben, eine Schwachstelle haben, die theoretisch jeder ausnutzen kann und sie nur deshalb geheim hält, weil er manchmal leichter in die Wohnung reinkommt selbst, das würde auch niemand tolerieren. Und genauso wenig darf es der Staat zulassen, dass er unbekannte Sicherheitslücken im IT-Bereich nicht weiterleitet. Ja, das ist so in Kürze unsere Argumentation. Ihr könnt natürlich gleich Fragen stellen, aber vielleicht auch nochmal der Hinweis auf unsere Homepage. Also wir sind ja weit überwiegend durch Spenden finanziert und deswegen legen wir extrem großen Wert auf die Transparenz unserer Arbeit und ihr findet deswegen unsere Verfassungsbeschwerde zum Download auf unserer Homepage. Da, also nicht bei Join, das ist für alle, die uns so gut finden. Aber bei freiheitsrechte.org da findet ihr verlinkt alle unsere Verfassungsbeschwerden, unter anderem auch die zum Thema Staatstrojaner und könnt das da auch nochmal durchlesen. Da findet sich eine Einleitung, die enthält etwa das, was wir heute gesagt haben und im hinteren Teil gibt es dann auch nochmal die genauere juristische Argumentation. Eine Minute wollten wir verbringen auf unsere Fälle, die wir gerade vorbereiten. Also unter anderem wollen wir gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz klagen. Das war hier glaube ich auch schon Gegenstand. Das wird in den nächsten Wochen öffentlich oder da werden wir eine Klage vorstellen, eine Verfassungsbeschwerde vorstellen. Wir wollen gegen die Speicherung von Fluggastdaten klagen, die, wie wir heute erfahren haben, seit dem 28. August tatsächlich läuft. Also das BKA sammelt von allen Fluggastunternehmen Daten über Personen, die aus Deutschland heraus oder nach Deutschland hereinfliegen auf europäischer Grundlage und auch einen ordentlichen Datensatz von über 20 Datenpunkten pauschal über jeden und lässt darüber irgendwelche Muster laufen, die darauf hindeuten sollen, ob jemand gefährliche, möglicherweise verdächtige Reisebewegungen durchführt. Dagegen werden wir klagen, gegen das Auslesen von Smartphones, von Geflüchteten und was wir noch überlegen, ist gegen den bayerischen Kruzifix-Erlass vorzugehen. Also Söder hat ja angekündigt, und das ist auch tatsächlich schon umgesetzt, in großen Teilen von Bayern in allen staatlichen Behörden, Kreuze in den Eingangsbereichen aufzuhängen, womit wir auch ein Problem haben. Und die haben es schon angedeutet, also wer uns so gut findet, all das so gut findet, dass er es auch unterstützen möchte, findet da hinten ein bisschen Unterlagen, die Kira netterweise mitgebracht und dort ausgelegt hat und jetzt sind wir offen für Fragen, oder? Also so ist das Format. Genau, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank euch und der Gesellschaft für Freiheitsrechte für diese wertvolle Arbeit und dass ihr uns hier davon berichtet habt. Jetzt gibt es die Möglichkeit für Fragen und Kommentare. Wir fangen mal hier vorne an. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich hätte noch eine Anmerkung. Das Problem bei diesen Zero Days ist ja auch, dass der Staat auch Sicherheitslücken geheim hält, die wiederum Computersysteme betreffen, die im Staat hoheitliche Aufmerksamkeit und die Aufgaben übernehmen. Also da stellt sich der Staat auf der einen Seite dann blind. Natürlich würden sie quasi diese Zero Days verraten, wenn die staatlichen Systeme dagegen geschützt würden. Also das ist, denke ich, auch ein Argument, was ihr anwenden solltet. Und falls ihr noch, ich weiß nicht, seit den 50er Jahren haben Juristen dafür gekämpft, dass die Weisungsbefugnis über Staatsanwaltschaften mal aufhört, weil man effektiv ja keine echte, ernsthafte Gewaltenteilung dadurch. Weil Staatsanwaltschaften, wie sagt man das, Weisungs, ihr kennt den Ausdruck dafür, genau. Okay, also eigentlich zwei Fragen oder Anregungen? Ja, zu der ersten. Also wir haben tatsächlich auch ein bisschen was dazu vorgetragen. Nämlich ist es tatsächlich so, dass die Bundesregierung da total schizophren ist, weil diese beiden Funktionen, also einerseits den Schutz der IT-Sicherheit auch der deutschen Behörden und andererseits die Kompetenz, diese Sicherheitslücken auszunutzen, beide dem BMI unterstehen. Also es ist auch nicht so, als wäre das institutionell getrennt. Und natürlich ist da, also hat man auch, als man den Staatsanwaltschaften, eingeführt hat, nicht daran gedacht, dass es eigentlich eine Behörde gibt, die genau das Gegenteil machen soll. Und auch das Gesetz nicht entsprechend abgegradet, dass es eben zum Beispiel eine Pflicht gibt, dass O-Days wenigstens gemeldet werden müssen. Und zu dem zweiten Punkt, das ist glaube ich eine sehr allgemeine Diskussion, also das Argument ist sehr alt, wie du sagst. Und das wird wahrscheinlich auch noch, fürchte ich, eine Weile dauern, bis wir das in Deutschland ändern. Okay, dann machen wir hier vorne weiter. Hi, in meinem begrenzten Wissen hatte ich bis jetzt immer das Gefühl, dass irgendwie unterschätzt wird, was passiert. Also solche Sicherheitslücken kann man ja auch reverse-engineeren, also gucken, was war jetzt die Sicherheitslücke. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gedacht sein soll, wenn man jetzt hier irgendwie 30.000 Einsätze hat und ich sage mal, bei jedem Zehnten wird das gehackte Handy oder die entsprechende Mail, wo der Exploit drin war, wird an jemanden vom CCC gespendet oder so. Und die gucken sich an, was das war. Und quasi, also andere Menschen sagen dann den Softwareherstellern, was das war, die patchen das, dann müssten die ja bei 30.000 Leuten 3.000 neue Schwachstellen pro Jahr einkaufen, was ja enorm teuer wäre. Und also, habt ihr eine Ahnung, wie das gedacht ist? Oder, also, wenn man das irgendwie in großer Anzahl benutzen möchte, muss man ja davon, also, muss man verhindern, dass irgendjemand Bescheid sagt oder rauskriegt, was jetzt die eigentliche Schwachstelle war, weil die sind schon ganz schön teuer jetzt irgendwie für Handys und das könnte, also, was ich mir vorstellen könnte, zum einen, dass es verboten wird, also, dass man sagt, wenn du von einer Schwachstelle mitkriegst, die ein Staatstrojaner benutzt, dann ist das irgendwie Strafvereitelung oder irgendwas oder, dass man einfach hofft, dass es nicht passiert oder, aber das ist irgendwie alles. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass man da gar nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht hat. nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass Sicherheitsbehörden seit über zehn Jahren völlig besoffen sind von der Idee hacken zu können, ja, weil man, es gibt ja immer so diese Ideologie des Going Dark, das ist, dass man also wegen der Verschlüsselung von Kommunikationen eben mit der klassischen Telekommunikationsüberwachung nicht mehr weiterkommt, also Telefongespräche und SMS konnte man wunderbar beim Provider mitschneiden, das ist dann bei WhatsApp eben schon schwieriger oder bei Signal noch viel schwieriger. Das heißt also, da gibt es immer diese Diskussion, wir wissen jetzt, also aus Sicht der Sicherheitsbehörden, wir können einfach nicht mehr mitlesen, das kann ja nicht wahr sein, also müssen wir hacken und mit dieser Idee sind sie ja auch im politischen Feld relativ erfolgreich, wie nicht zuletzt dieses Gesetz wieder zeigt, aber die Geister, die sie riefen, die werden sie dann letztlich auch nicht mehr wieder los. Also du hast auf ein paar Probleme schon hingewiesen, natürlich wird man das nie im Massengeschäft einsetzen können, deswegen sagen wir immer, 30.000 Einsätze pro Jahr sind rechtlich erlaubt, das werden die aber technisch natürlich nicht auf die Reihe kriegen und letztlich auch finanziell nicht. Aber politisch muss man das aus meiner Sicht auch deswegen kritisieren, weil natürlich unfassbar viele Ressourcen gebunden werden durch diese Träume von irgendwelchen Staatstrojanern, die sich in der Praxis natürlich nicht realisieren werden. Also im Ausnahmefall klar, für irgendwelche zielgerichteten Aktionen im Geheimdienstbereich, das sieht man letzten Endes an den vielen Aktionen, die russische Stellen mutmaßlich durchführen, macht das Sinn, aber für den Masseneinsatz ist das ein vermutlich völlig ungeeignetes Instrument. Da bin ich bei dir. Deswegen sagen wir diese Zahl, 30.000 auch immer mit dieser Fußnote, dass wir nicht glauben, dass diese Einsätze zustande kommen. Meine Einschätzung ist, wie gesagt, dass die Sicherheitsbehörden die Möglichkeit dieser Maßnahmen völlig überschätzen und eigentlich sollten sie sich lieber um andere Methoden kümmern. Das wäre wahrscheinlich, also mit dem Geld einfach neue Beamte einzustellen, die dann vernünftige Arbeit machen, wäre mit Sicherheit effizienter. Okay, wir haben hier noch zwei Rückmeldungen. Danach ginge vielleicht noch eine, wenn jemand noch will, aber wir fangen mit der Tat hin. Wäre es nicht ein leichtes für das Verfassungsgericht, dann zu sagen, es muss für die jeweilige Sicherheitslücke eben eine Abwägung geschehen, ob die jetzt verbreitet ist wie eine Windows-File-Sharing-Lücke oder halt eben nur eine sehr spezielle Software mit einem sehr kleinen Teilnehmerkreis, betroffenen Kreis betrifft? Also wie würdet ihr dagegen argumentieren? Also unsere Argumentation ist, dass das Geheimhalten von Sicherheitslücken generell nicht zu rechtfertigen ist, angesichts der großen Gefahren für die IT-Sicherheit allgemein. Aber natürlich wäre das, was du beschrieben hast, Wetter quasi so die nächstbeste Lösung. Wenn wir also uns nicht durchsetzen können mit unserem Argument, alle O-Days müssen gemeldet werden, dann wäre das nächste, dass es tatsächlich so etwas geben muss wie einen Evaluationsprozess, wie groß sind die Kollateralschäden. Aber auf der anderen Seite würde ich immer sagen, naja, eine Sicherheitslücke, die nur einen ganz schmalen Anwendungsbereich hat und deswegen dann vielleicht nur ein schmales Risiko von Kollateralschäden, die bringt aber natürlich auch nur ganz wenig in der Anwendung. Das heißt also, dann verändern sich quasi beide Seiten der Waage und insofern glaube ich nicht, dass man im Ergebnis dann zu Situationen kommt, wo es O-Days gibt, die quasi so wenig gefährlich sind, aber trotzdem so super nützlich, dass man sie doch mal geheim halten muss. Ich glaube das nicht, aber klar, das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie viel Interesse das Bundesverfassungsgericht hat, da einzusteigen. Das muss man sehr deutlich sagen. Also 2008 haben sie relativ viel Mühe in diese Entscheidung gesteckt. Die Entscheidung zur Online-Durchsuchung ist sehr lang und sehr ausführlich und in den meisten Punkten sehr gut. Die Ausnahme ist glaube ich, dass sie die Quellen-TKÜ erlaubt haben und zwar unter niedrigen Voraussetzungen. Das ist halt der Dammbruch und das ist halt die Hintertür, die jetzt immer genutzt wird, um Trojaner zum Masseninstrument zu machen. Das war sicherlich ein Fehler, aber ansonsten ist die Entscheidung sehr gut. Wir können alle nur hoffen, dass sie dieses Mal die Verfassungsbeschwerde der GFF, wir sind leider die Einzigen, die das Argument stark gemacht haben, dass sie die Verfassungsbeschwerde der GFF zum Anlass nehmen, da mal genauer drüber nachzudenken, wie der Staat mit Sicherheitslücken umgehen muss. Aber wir können es wirklich nur hoffen, dass sie das tun werden und dann nicht drüber hinweggehen und sich quasi nur mit diesen anderen Problemen beschäftigen. Also diese Gesetze haben andere Probleme, die auch in vielen Verfassungsbeschwerden thematisiert werden, aber wir hoffen natürlich, dass dieses, wie soll ich sagen, in die Zukunft reichende Thema Management von Sicherheitslücken, Melden von Sicherheitslücken, dass das tatsächlich auch in Karlsruhe ankommen wird. Okay, machen wir hier hinten weiter. Ja, hallo. Ich wollte mal zu dem Management der Sicherheitslücken fragen. Das ist so ein bisschen so eine Minimallösung, auf die ihr zumindest peilt. Wäre es nicht schon jetzt möglich, aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium gewissermaßen sich auflisten zu lassen, was habt ihr eigentlich im Giftschrank? Und jetzt mal abgesehen davon, ob die entsprechenden Mitglieder dieses Gremiums überhaupt technisch in der Lage sind, könnte man vielleicht versuchen, die zu briefen, dass sie die entscheidenden Fragen stellen und entsteht daraus dann auch eine Verpflichtung der dort vorsprechenden Geheimdienstmitarbeiter, dass sie das dann auch offenlegen müssen und wenn sie da mauern, dass sie eben entsprechend sich strafbar machen. Also da muss man sehr deutlich sagen, das kann ein Weg sein, dass da ein paar Leute im PKGR hinterher Bescheid wissen, aber das ist natürlich gerade nicht der Weg für die gesellschaftliche Debatte, die wir darüber brauchen. Und du hast das Problem schon angedeutet, die Leute im PKGR sind im Zweifel technisch gar nicht in der Lage, das wirklich einzuschätzen, ob ein solches Schwachstellenmanagement tauglich ist. Und dann ist das große Problem, der Bereich, über den wir hier sprechen, hat ja mit Geheimdiensten nichts zu tun. Das ist ja eben Polizei. Da reden wir von Landespolizeibehörden, LKA Berlin oder eben BKA, die in reine Weise in Strafverfahren solche Trojaner jetzt einsetzen sollen, nach dem Willen des Bundestages, ohne, das haben wir ja gerade schon ausführlich diskutiert, ohne, dass irgendjemand sich Gedanken darüber gemacht hat, wie das technisch eigentlich funktionieren soll. Und da hilft einem auch kein PKGR mehr weiter. Da würde helfen natürlich ein Gesetz des Bundestages zum Umgang mit Sicherheitslücken und weil der Bundestag vor diesem Problem die Augen verschlossen hat, in der letzten Legislatur, hilft es nichts, mussten wir klagen und können jetzt eben nur hoffen, dass Karlsruhe da sagen wird, die Leute also so nicht. Wenn ihr also durch Rechtsgrundlagen zum Masseneinsatz von Trojanern eine große Gefahr schafft, dass Sicherheitsbehörden, oh, der ist geheim halten, dann müsst ihr auf der anderen Seite auch was dazu sagen, wie denn damit umzugehen ist. Ja, genau. Es gibt noch eine Meldung auf jeden Fall. Gibt es noch mehr Leute, die noch was kommentieren, anmerken, in die Diskussion einsteigen wollen? Wir wollen auch nichts abbügeln. Okay. Dann machen wir erstmal hier eben weiter. Das Innenministerium arbeitet gerade so ein Schwachstellenmanagement und das wird fertig sein, ehe die Klage in Karlsruhe verhandelt wird. Ja, mal gucken. Also wir sagen natürlich, es braucht auch ein Gesetz dazu. Also einfach nur so eine Art Selbstverpflichtung des Innenministeriums, die dann letztlich doch wieder keinen bindet, die reicht auf gar keinen Fall, einfach weil diese Sicherheitsdrucken viel zu gefährlich sind. Insofern, aber klar, das ist natürlich jedenfalls schon mal gut, aber mal ganz unter uns, wir glauben glaube ich beide nicht, dass da drinstehen wird, oh, das müssen gemeldet werden, oder? Das ist nicht realistisch. Aber könntet ihr vielleicht zum Abschluss tatsächlich noch mal was zum Zeithorizont eurer Klage sagen? Das ist natürlich immer so ein bisschen Glaskugel mit Karlsruhe, aber was erwartet ihr? Klassische Journalistenfrage, die ehrliche Antwort ist keine Ahnung und dann kann man noch versuchen, so ein bisschen was da drumherum zu erzählen. Also das, Punkt, ja. Also Jahre, ja, das ist klar. Okay, wenn jetzt keine Hand mehr oder doch, Elektra noch mal. Ein weiteres Ding wäre doch, wenn es diesen Trojaner gibt, dann müsste der doch zertifiziert sein dafür, dass er den Rahmen dessen nicht verlässt, was das darf. Ja, dann müsste da eine Zertifizierung doch eigentlich erfordern. Ja, das müsste er, das haben wir immer gefordert, also wir heißt jetzt vor allem CCC. Das Problem ist aber, dass der Bundestag auch an dieser Stelle gesagt hat, macht mal. Ja, es gibt einfach keine Anforderung an die Zertifizierung von Trojanern. Es gibt auch noch nicht mal irgendeine unabhängige Prüfung. Das macht das BKA teilweise quasi freiwillig, um politisch so ein bisschen besser dazustehen. Dann werden irgendwelche shady NSA-Tochterfirmen gebeten, doch mal den Source Code anzugucken. Also das muss man schon in aller Deutlichkeit sagen. Der Deutsche Bundestag lässt die Sicherheitsbehörden machen, was sie wollen in dem Bereich. Da werden dann fromme Wünsche ins Gesetz geschrieben, aber keine harten Checks. Das ist leider die Lage. Und da muss man sagen, hat das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle bislang auch immer versagt. Also das steht in der Entscheidung von 2008 nicht drin, dass es irgendeine Form von Überprüfung geben muss. Und das haben sie auch 2016 in die Entscheidung zum BKA-Gesetz nicht reingeschrieben. Also da muss man sehen, an der Stelle ist auch das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, nicht so wirklich sensibel für die großen Probleme, die solche Normen aufwerfen. Da schreiben sie halt einfach rein, es steht doch drin im Gesetz, was diese Software muss. Und das muss dann halt reichen. Da können wir nur hoffen, dass sie gute beratende Experten haben. Ja, die hatten sie aber ja. Jedenfalls mal 2007, 2008 hatten sie die beim BKA-Gesetz. Habe ich selber in der mündlichen Verhandlung genau diesen Punkt stark gemacht. Also ich habe meine Minuten Redezeit dafür verwendet, genau das zu sagen. Aber da muss ich auch offen sagen, da habe ich mich auch nicht durchsetzen können. Das haben sie einfach nicht reingeschrieben. Was soll man tun? Wir können es nur immer wieder versuchen. Okay, dann nehmen wir das mal als Schlusswort. Vielen Dank Bijan und Ulf für euren Vortrag und die Arbeit, die ihr macht. Applaus